Waren Sie schon mal im Gefängnis? Nein. Tja, einmal ist immer das erste Mal. Hier drin zu sein, ist eine Strafe. Das ist genug. Ich bin hier zuständiger Officer. Bei Problemen kommen Sie zu mir, klar? Sie sagen, dass Sie so in Lowood sitzen. Ist das eine Drohung? Hört mich denn keiner! Ihr könnt dich nicht besser beschützen. Und was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Hättest zurückgehauen müssen. Ich bin doch Lehrer. Du wirst es verdammt schwer haben. Soll sie dir vergeben? Ich kann mir selbst nicht verzeihen. Ich bin einfach nur nicht ver sistemisch. Du wirst sie mal zum ZCollo. Und ich bin so blessed. Ich hoffe Parliament部分. Vielen Dank.